Die Ältesten vollbringen selbst das Unmögliche. Die Außerwählten schrecken nicht vor Sabotage zurück, um uns aufzuhalten. Wir müssen derartige Angriffe verhindern, damit sie nicht zu uns aufschließen. Phantone, Phantome und ein Sektoport. Alter, wie viel Info und Vorrede man kriegt darüber. Ist ja schon heftig. Tja, also das ist mal wieder ein Fall für Team Alpha. Die werden das reißen. Das Team auf dem Caper rum. Outrider, Big Mama. Wir sind eigentlich oben. Die sind oben. So, und dann haben wir noch Lucy. Wo bist du? Weiter unten. Da. Gut. Ausrüsten. Und so sieht das aus. Skyranger eingesehen. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. So, Team Alpha. Das stärkste Team des gesamten... ...der gesamten Adventure, kann man sagen. Der Sprecher hat uns über einen Alien-Kollaborateur informiert, der in einem Atlet-Transporter die Gegend hier durchquert. Der Verlust dieser Person wäre ein schwerer Schlag für die Aliens. Also erledigen wir die Sache. Finden Sie das Transportfahrzeug und neutralisieren Sie die VIP und den feindlichen Widerstand. Vorzugsweise sollen wir das Ziel lebend bergen. Aber setzen Sie alle nötigen Mittel ein. Maness 1 5. Zielort bestätigt. Sofort angreifen. Eliminieren Sie alle Feinde. Eigentlich wäre es ja so super wie der für Team Delta, Beta oder Gamma. Aber ich habe mal Bock, die mal wieder loszuschicken. Nähere mich der Zielposition. Verstanden. Halte die Augen offen. Äh, da sind wir hin, ne? Ok. Bin ich mal gespannt. Schon da. Schon da. 10-4. Ok, bin unterwegs. Da komme ich hin. Das klingt nach der Sektor, Bruder. Ach ja, deswegen habe ich die, habe ich Alpha genommen. Mein Leben liegt in Ihren Händen. Nachsamkeit liegt mir im Blut. Keine Mühe für uns zweimal. Schon unterwegs. So, wir müssen uns einmal stark vorschicken. Und? Und? Lass uns das machen. Oh, hier sind wohl alle bei den Gegner, ne? Ach, Alter. Ok. Wenn ich einmal in den falschen Modus, rechte Monster-Tasse klick, kann das Feindbewegung vor uns. Böse sein. Das ist ein langer Weg. So, schauen wir mal. Du kannst dich nicht verstecken. Ihre Patrouille kommt. Fordere dein Glück nicht heraus. Manus 1-5, Zielidentität bestätigt. Jojo. Jawohl. Was? Ein Phantom haben wir da. Im Sektopon haben wir noch keine Spur. Roger das. Ich schicke mal zwei hier hoch. Und dann haben wir eine schöne große Angriffsreihe. Angriffsreihe. Quasi eine Line of Defense, wenn man so will. Getting it done. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Bitte Feuerschutz. So, bin ich mal gespannt. So. Enthüllt den Schnitter. Aber gucken wir mal. Probieren wir mal aus. Du bist verbannt. Verbannen wir mal den Phantom. Der kann nämlich böse sein. Wir wurden entdeckt. Aktion ist aber noch nicht zu Ende. Hallo? Jetzt hat die Direktion das noch nie... Achso, der hat einfach schon abgezogen, ohne dass ich schießen durfte. Wie schön das Spiel das auch macht. Oh ne, du doch nicht. Naja. Wenigstens ist er tot. Aufpassen, wohin wir schießen. Der lebt noch. Der lebt noch. Äh, hier. Ach, der lebt auch noch. Von der Rüstung abgeprallt. Gut, der ist sowieso tot. So gut wie. Links ist ein Gegner. Du willst etwas mehr? Oh, zwei Phantome. Oh Mann ey. Das ist jetzt wirklich böse. Das kann wirklich böse enden. Gut, ich habe schon eine umgebracht. Das kann verstecken. Der Rift wird dich frei. Los. Warum zweimal? Was war der Scheiß? Komm schon, fokuss! So, jetzt... Eigentlich war es schon Zen, aber interessant. Lass uns das machen. Klopp. Das Ziel ist markiert. Au. 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 Na ja, solange sie das machen ist alles gut. Heil den bitte. Einfach nur nochmal heilen. Medizinischer Modus. Nochmal. Halbot unterwegs. Okay. So, tschüss. Wie viele ist das jetzt? Tired of waiting around. Durch das Fenster. Durch das Fenster. Ah, Sensenmann. Das heißt, der wird sterben, der noch nicht. Vielleicht... Also, den unten noch irgendwie kriegen könnte. Waffen nur verletzen. Das reicht ja schon aus. Position confirmiert. Den kann Caper Dean mit einem Kettenangriff töten. Loppelangriff speichern wir immer für den Sektopoden. Ne. Das ist gut. Das ist ganz schlecht. Das hättest du nicht machen dürfen. Es gibt Ammo hier. Du musst nachladen. Tja, das heißt, der Plan ist Geschichte. Die töte er den jetzt. Deine Freunde stoßen bald zu dir. Wechsle Position. Oder so. Feindliches Ziel erledigt. Rücke vor. Ich bin unterwegs. So, die dürfte eine ganze Weile den sehen können da hinten. Wenn der sichtbar ist erstmal. Roger that. Rock'n'Roll. Nachladen. Wie alle einfach dahin nicht hinkommen. Das ist... Sollen jetzt vorrecken. Ein bisschen auch gleich nachladen. Trostenlos nachladen sogar. Bin dabei. Bin dabei. I got eyes on advent troops. Zu früh. Du kannst dich weglocken. Ach komm schon. Oh man das ist... Das... geht immer wieder verletzt. Mach mal Doppelangriff auf... Inder Jetzt lebt der Spast noch mit einem Punkt, ey. Boah, wie mich das immer ankotzt. Stirb. Wir machen auch Granaten. Es reicht mir, dass nur eine Granate hantiert. Schönen Schaden machen. Ja, man merkt, dass sie keine PB-Moden haben. Zorn-Kanone. Schön auf den... Ihr tötet euren eigenen Leuten, ne? Ihr tötet euren eigenen Leuten. Kannst du deinen Feuerschutz entfernen? Ich brauche mehr Munition. Ja, kannst du auch gut. Äh, ein Gizmo. Rennen. Hier, ich komme. Wo schießt du denn denn? Nicht auf den Kasten. Negative Damage. Wie viel Leben hat er? Na, wahrscheinlich nicht genug. Oh ja. So geht's auch. In Position und ausschalten. Wird gemacht. Nehmen wir das mit? Illyrium-Kern. Yeah. Paket im Schlepp. Quatsch. Ziel neutralisiert. Hohe Munitionverbrauch. Okay. Wird eiskalt, hätten die die VIP geöffnet, gefangen, äh, gefolgt. Ja, zerstört. Auf Overwatch. Nett. Schon unterwegs. Box. Mannes 1.5. Mannes 1.5. Status bestätigt. Zielpaket ist gesichert. Mannes 1.5. Wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Mannes 1.5. Vorsicht. Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Mannes 1.5. Mannes 1.5. Ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. So, jetzt müssen die hinterher rennen. Affirmativ. Gehe dorthin. So, und hier mache ich beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.